willkommen zurück zu luigi's mansion 3 hier sind mittlerweile am herausfinden wie man unten in diesen laden kommt und vor allem ich möchte ja gerne herausfinden wie ich da reinkommen die frage ist nämlich jetzt die unten ist ein laden wo mich reinkommen ja das ding ist ja ich weiß dass die aktion ausführt ja warte vielleicht aber warte mal aber ich kann noch nicht hier es hätten wir das teil ich bin gerade echt ein bisschen ratlos leute also ich bin jetzt hier wirklich so ein kleines bisschen ratlos glaube ich soll wirklich mit die geht sprechen ich habe keinen platz ist der lamp habe ich glaube jetzt eher nicht dass man hier hilft oder es ist der lamp habe ich auf jeden fall nicht doch richtig gedacht doch richtig gedacht okay ich glaube ich muss noch auslösen schlüsse auf dem schlüssel schon noch ja mit dem gut zu wissen da habe ich soweit schon mal alles richtig gemacht kann man sagen was doch die lösung habe ich musste bei das hatte ich schon im kopf gehabt aber nicht wie das geht was macht ihr denn hier bleibt mal hier anders hast du es jetzt nicht verdient so aber fehlt was ganz wichtig ist kasse geht mir die frage wo ich bin schlüssel hier hängt was kann jetzt wirklich kaputt machen nur für drei diamanten like gold warum kann ich das oben ist doch da oben ist was kann es jetzt schon eindeutig sehen man ja da oben ist was muss ja nur hochkommen du bist nicht eingang oder so warte von da oben ok da oben gibt es muss über uns was geben wo fluigi durchfallen kann das ist dumm dass ich da hochlaufe aber ist mir egal naja ich sehe es warte da kann fluigi durch dann können wir doch dahinten ok da das schlüssel liegt es weiter in oben lasst du mal ein schlüssel da oben liegen kommen wir zu einer kiste warum flüge ich auf jeden fall noch mal für mich stimmt jetzt wirklich mal es nicht weil wenn ich die schlüsse habe ich komme nirgendwo anders durch mit dem schlüssel aber ich muss ja da runter ich muss ja da rein den schlüssel das ist ja jetzt klar und oben kann ich nicht abliefern das ist ja jetzt eben so das ist ja noch etwas ruigi ziehen wir damit auf die fliese das sieht wirklich komisch aus mannes ich bitte jetzt mal wirklich einmal zu konzentrieren ich auf diese fließe zu konzentrieren hier ist noch etwas dass wir jetzt nicht so ganz verstehen aha zwei geld geister hier gut dass ich euch beide hier habe man ja du bist noch ein einziger am leben du bist tot das war jetzt nicht gut hier ist mir nichts gewesen muss ich jetzt mit dem schlüssel hin ach warte ach so die kasse ist weg gleich drauf kommen müssen vorher eben gerade auch schon der trick dahinter die kasse war weg natürlich darauf muss man eigentlich kommen und da ist der letzte schlüssel für den boss geist wieder einmal durch die schaden schlüssel nicht kann ich mir jetzt auch nehmen man nicht blöd weil jetzt sowieso auf luigi weg sind ähm wer bist du denn bitte ich habe mich hier noch nie gesehen man ok ok er hat trotzdem viel schaden verloren er verliert schaden er verliert schaden auf jeden fall ja aber habe ich auch ah jetzt habe ich ihn jetzt habe ich ihn am schlabittchen ok hat er auch noch dinge dabei so jetzt aber ich habe dich wieder mein freund ouch auch nicht weil mich die heute behindert hat du hast es nicht anders verdient man jetzt warum warum krieg ich ihn gerade nicht also okay wir richtigen wir da nicht wirklich einmal hatte ich einen gekriegt waren anscheinend zu viel immer kurz blenden dann saugen das effektivste variante gegen den typen jetzt haben wir aber rein mit dir gut dann hat das war ein ganz aggressiver geist nicht war ich bin überrascht dass die gelungen sind einzufangen wird noch die tiefen meiner forschung voranbringen also mal heute so ja naja gut so herausforderung jetzt war auch nicht aber doch war schon ein kleines bisschen herausforderungen als die anderen geister schon recht daran kommt so weiter ich glaube ich muss also es gibt hinter eingang jetzt ist es auch gerade okay es gibt einen hintergang so jetzt stellen uns den bus oder ich denke mal dass es ein boss ist jetzt passt der schlüsse auch und rein da du verlierst schnell dein leben ja komm her also echt keine chance mehr bin einfach zu stark und dann bist du da und rein mit dir mein staubsauger und her mit dem knopf sehr schön wir haben knochen mit zwei natürlich wichtig wir haben es geschafft sollten glaube ich schnell mal runter zu professor geht denn denn der hat uns wahrscheinlich wieder was zu sagen also möchte ich auch mal meinen schreck verklärten schreck weg doch doch überhaupt richtig verschreckt weg wenn mal lehren das ist nicht mehr der falsche ausdruck wie du bist dran wir nehmen uns das mit und hoffen dass wir uns dahin teleportieren können oder gerade ich möchte bitte etage 1 na schade ich kann mich nicht teleportieren vielleicht kommt es ja noch vielleicht kann die mir noch teleportieren euch man hat mir jetzt nicht gut ich bin immer noch im lesen wartet mal reinzugehen okay da gab es einen hintereingang ich habe jetzt hier nicht schon erwartet ja vielleicht mal schön hier mein freund ja die kraft bist du drauf man ja jetzt aber da und da und da und da und da und so jetzt aber ich krieg dir schon noch komm her komm her komm her man du bist down sehr schön das hat jetzt echt gut funktioniert ne okay gut dann dann würde ich sagen jemand du 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 hast auch einiges getan also lasst uns jetzt runter gehen denn wir haben uns das jetzt richtig verdient es ist egal ob du vorwärts bist ist echt egal lass uns einfach hier weiter gehen und da rein und den nächsten aufzugsknopf anbringen das sind zwei etage ich würde sagen dass du direkt mal ausprobieren solltest okay auf zu e2 dann kann das nicht dauern bis zwei oder doch anscheinend schon weiter ich glaube jetzt geht es geht offiziell weiter als spiel was vorgenommen ich war hier schon drin ja ich glaube ich habe den spiel schon was vorgenommen da gehen wir halt in diesem hat auch noch mal schüpfes essen warum denn nicht kann ja wieder nicht schaden kann ja wieder nicht schaden also rein hier so hallo portafincher ja hier gibt es einiges leckeres aber wie schnell hat er das bitte heißt er wird aufgebaut ja ich habe das spiel auf jeden fall was vorgenommen vorweggenommen vorweggenommen so somit denke ich mal nicht geplant ah luigi okay das sind ein bisschen viele ähm hi zack 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 äh nein nicht die Tischdecke man alle geister einsaugen bitte boah ich krieg jetzt schon ne Krise man wirklich so viele geister hier ne so einmal down so zack und zack und zack komm mal her aber ja alles klar man einfach hinter mir zu sporen ist also dein neues hobby man komm her und du auch noch rein in meinen staubsauger das waren alle holy shit man nein die die du 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 Ich habe eine Idee. das ist nie ohne fluigi die starken situation dieser müsste zusammenarbeiten na jetzt perfekt das ist ein koch aber der sieht ein bisschen komisch aus wie ich finde meine frage warum hast du denn jetzt so aus mann ja alles klar man ich habe ich gerade keine ahnung wie ich die typen sie aber okay was wollte ich stoppen hallo gibt es ja danke naja ich glaube ich muss noch weit genug weg sein kann das sein naja jetzt perfekt jetzt kann ich ihn aber einsaugen endlich mal so jetzt aber komm her man du hast es nicht anders verdient die pfanne her what the fuck woher kommt der jetzt schon wieder ich brauche den fisch auf jeden fall ja genau ich habe den fisch eigentlich losgelassen aber okay man so und jetzt herr mit dir du chefkoch vom dienst ja warte ich leute ich da einfach dagegen ja moin dagegen perfekt hier gibt es herzen genau das was brauchte guter das ist ein herz wieder entdeckt habe das ist dass ich dagegen steuern muss das ist der letzte was kann für diesen part ja komm mal neuer da ach komm mal neuer da waa was ja halt's ab alter bleib mir weg ja okay das war's in dem fisch jedenfalls okay good night ich hab was ach komm man warum boah das kampf ist eigentlich nicht schwierig komm ich möchte euch nochmal da haben wo ich ihn haben will jetzt habe ich ihn aber komm her mhm ja es war klar dass ich jetzt wieder die pfaden nimmt man da hoffe ich mal nein es fehlen ihn aus dem leben das darf es nicht wahr sein aber vielleicht kann ich nicht direkt wieder treffen nein kann ich nicht anscheinend zählt das einfach nicht alles klar man zack komm jetzt her du bist jetzt im staubsauger rein da lauter fisch und aufzugknöpfe so perfekt dann haben wir den zweiten oder auch nicht so als ich den maus noch nimmt sag mal ach komm als ob die maus jetzt mit den scheiß ab ja ohne ist okay ich mache mich jetzt auch noch mal hier rein wenn er das ist das ist leider möglich ich das ist der der wenn man ja anscheinend schon gemacht für die ich hatte da jetzt im juvea rechnet aber das ist auch okay jetzt kommen hermann als ob die jetzt wieder da rein ist ja was ist denn das kam jetzt her du verdammte maus mann ja endlich so gibt es jetzt auch nicht kein vorfall mehr danke nein es ist ein scheiß ernst die sollten das warum lässt du dauernd das teil weg mann ernsthaft ich kriege eine gräse jetzt gerade eigentlich wird den part beenden aber ich will diesen aufzugsknopf noch haben doch jetzt wohl nicht wahr sein gibt mir diesen verdammten aufzugsknopf jetzt ja super geht da rein wo ich nicht reinkommen alles klar man und jetzt kommt die bad kugeln ernsthaft da gibt es einen kleinen xxl port ich will mich diesen aufzugsknopf noch haben so einer ist dauernd glück so perfekt sind beide dauernd das ging sogar echt relativ schnell ich weiß es doch so jetzt komm her erster schrank weg zweiter schrank auch da ist die mause nicht drinnen ich habe jetzt keinen bock auf mäuse jagen ja möchte ich nur mal so sagen ich habe es nicht wirklich bock auf mäuse jagen das ist das gefühl dass dann gewählt nur egal jetzt bitte fangt ihr einfach die maus wir müssen sie doch nur an leuchten es geht jetzt geht die nicht ernsthaft dahinter ins bad da komme ich nicht rein doch jetzt auf einmal komme ich da rein alles klar ach so ja gut stimmt weil ich das ja gemacht hatte die tür zu die woche nicht zu ich habe es ist sehr gut jetzt jeder einzelne maus aufsaugen ja überhaupt ausblitzen von mir aus auch so und jetzt gibt ihm das teil endlich die steckt das sofort weg gut dann nachdem wir das teil nun endlich haben verabschiede ich mich in diesem part und hoffe wir sehen wir sehen uns im nächsten part wieder bis dahin habe ich mich und schau den morgen klug das ist ein geist oder ja ich habe noch für dich haben noch kurz zeit das war es für diesen part bis dahin und schau ja 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 ja